so weiter geht's heute mit gta oder nur zu zweit und ja dann lad mal ein markus was soll man machen machen sie auch einfach auf ich lasse mich da ein bisschen überraschen so muss ich halt sagen wegen wenn du raus schickst damit ich sehen die öffnen kann ich hab's ja quasi die keine eine all keine nachrichten die mehr angezeigt werden so kohle haben wir überhaupt auf konnte 141.000 es gibt auch so viel zeugs die man machen hat die ganze mission die könnte man mal machen und so von blammer davis die sind eigentlich auch ganz cool du hast doch nichts geschickt mache ich gleich ja man die 400 zahl wegen dem scheiß was haben wir denn heute work von roll ist das gerade richtig ja mal gucken ich glaube die hatten wir noch nicht irgendwas im hotel weiß ich nicht keine ahnung das weiß gucken hole das cabrio zurück ja gut zieh mir den sinn immer wieder autos zurückholen hier steht mein manche den der thomas auch hat dann habe ich ja gekauft das soll dann lg stehen ich brauche eine markierung wieder mal entspannt ist da auch geht doch bald weit war mit den heißt das sage ich immer jetzt schon bescheid also wenn man in den nächsten folgen jetzt dann mit teil 3 weiter muss es haben wir mal sagen dass die anderen auch nicht immer zeit haben das heißt und wir auch mal wieder mal doch haben zu zocken so müssen so entspannt zu zocken das show so holt das cabrio zurück die frage ist ob der gegner drumherum stehen sehr wahrscheinlich ja wo steht denn der wagen hier oben also ja doch wahrscheinlich gegner drumherum natürlich der ist hier zum beispiel feindlich der wagen jetzt ruhig worte sitzen bleiben können ich kann das ja mal den 1 da habe ich zum beispiel schon voll ich habe kopf hast du kommst polizei ja aber ja bei mir kommen sie aber ist nicht tragisch das wichtigste ist dass du das auto ablieferst das ist auch keine feinde um mich rum na wir sind immer mal wieder leute dann mache ich das anders dann trennen wir uns ganz kurz dass ich dann hier mal kurz unten in den tunnel da rein fahre dass wir diesen fluchttunnel wurde ja ja michael und so dann abgehauen sind da wo wir da letzte wo auch mal der wo wir auch immer rein sind das hat der standard platz wo man sich gut verstecken kann sehr gut gefällt gut passt Warte mal, Munition kurz kaufen. Schwere Panzerung kaufen. Was nehmen wir denn? Nehmen wir hier oben, hier ein paar Ballers gegen die Wand oder was? Ja. Dann machen wir mal ein bisschen, das scheinen wir auch wieder unsere Simi-Mission zu sein. Hatten wir das nicht schon? Ich hab die, hab ein Häkchen dran, aber... Ne, wir hatten, das ist glaube ich nicht die Mission, die wir... Warte mal. Ne, lila Schäfte, ach, kann sein, dass wir die schon hatten, aber ist egal. Komm, ich glaube, die hatten wir schon, ja, ist recht. Ja, aber ist egal. Da war es mir beschäftigt, da war irgendwas, wo du das Auto rausgeholt hast. Ja. Ja, nee, wo du mich davor abgesetzt hast. Ja, ja, muss ich gleich gucken, ob das die Mission ist. Scheinbar schon, aber ja, doch, das müsste die sein. Aber ist egal, kann man sagen, nochmal. Ja, ja, das ist die, genau. So. Ei. Geh weg da. Dann spielen wir das Spiel schon halt nochmal. Jetzt wollte ich wieder davor ab. Ja, doch. Das heißt, der Wagen steht nämlich hier rechts. So, wieso dann versuchen wir rein zu schießen, doch. Den hat's köderlich, den Jungen. Du hast aber genau die Ecke getroffen, wo der Zug kam. Ja. Heute nichts passieren. Ich bin nicht genau hinter dir. Ja, das ist jetzt schon weg. Weil jetzt sind die schwersten, ich glaube, wir haben die damals auch schwer sogar gespielt. Aber diese Simeon-Missionen oder die Dinger hier, da sind... Oh, Entschuldigung. Ich bin nicht mehr. sehr gut dass wir mit dem bordell haben wir auch schon gemacht das weiß ich das war glaube ich eine unserer ersten mission die wir glaube ich gemacht haben die haben wir alles schon gemacht rückführung schwere last rockford holen haben wir von erstmal verloren aber nicht vergessen haben wir schon auch sind richtige einigungen haben wir schon dann gehen wir auf aktualisieren und aber kommen dann noch irgendjemand haben das dann das team standing spielst du nicht mit zwei leuten seitdem man versucht in der online lobby reinzukommen wenn du auch von aufschaut und knochen dies auch nicht schlecht aber die spielst du auch nur maxim mit mindestens drei leuten doppelt ap und geld bei ja aber lebenskämpfe ich weiß sie gibt es auch richtig kohle weil die gibt 30.000 wenn du durchkommst dann kriegst du 60.000 fast aber die spielst du wie gesagt nicht zu zweit oder wir versuchen immer wenn leute zu bekommen zwei leute kann man versuchen dann gehen wir haben müssen wir mal gleich genau dann können wir das ja mal machen haben wir jetzt gedrückt ich habe das gar nicht gesehen werden wir sehen dann musst du gleich mal die lobby aufmachen ja genau schrotter knochen ok dann mache ich hier kurz das folgen ende und dann machen wir das ding in der neuen folge okay